Dr. Michael Nils ist Arzt, habilitierter Molekulargenetiker und Wissenschaftler mit Schwerpunkt Immunologie. Als Grundlagenforscher entschlüsselte er die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten an deutschen und internationalen Forschungseinrichtungen. Zwei seiner Entdeckungen veröffentlichte er mit verschiedenen Nobelpreisträgern. Eine weitere Entdeckung eines Schlüsselgens bei der Immunitätsentwicklung wurden von renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Dr. Nils war drei Jahre leidender Genomforscher einer US-amerikanischen Firma und acht Jahre Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotechnologieunternehmens. Mittlerweile klärt er als Wissenschaftsautor über die Ursachen von Zivilisationskrankheiten auf und hält als Privatdozent Vorträge auf Kongressen und an Universitäten. Ebenfalls beeindruckend, gleich zweimal machte er das legendäre Race Across America, eine Strecke mit dem Rad über 4.800 Kilometer quer durch die USA. Noch beeindruckender, ich durfte mich im Vorfeld zu diesem Interview schon mehrere Stunden intensiv mit ihm austauschen und erfuhr Dinge, die Leben retten könnten, wenn diese endlich mehr Menschen erreichen würden. Darüber sprechen wir heute. Dr. Nils, ich freue mich sehr auf dieses Interview unter diesem provokanten Titel der Vitamin-D-Betrug und letztendlich geht es hauptsächlich darum zu verstehen, wie wirkt eigentlich Corona im Körper, denn Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews ist Ende Juli 2022. Wir stecken mitten in der sogenannten Sommerwelle und vom Bundesgesundheitsministerium wird ja auch jetzt empfohlen für die über 60-Jährigen, dass man sich jetzt die fette Impfung holen soll, um dann durch den Sommer zu kommen und möglicherweise auch schon die Empfehlung für die fünfte Impfung im Herbst. Jetzt gibt es nun mal Menschen, die dürfen nicht geimpft werden aus medizinischen Gründen und es gibt auch eine gefühlt wachsende Zahl von Skeptikern, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ja, welche Alternativen gibt es denn? Ist es wirklich dieses Vitamin-D oder gibt es da ganz viel Mist, der über Vitamin-D erzählt wird? Wie funktioniert so eine Corona-Infektion und was hat Vitamin-D damit zu tun? Ja, also die Alternative beruht tatsächlich auf Vitamin-D, aber um das zu erklären, muss man eigentlich erstmal die Frage sich stellen, was ist überhaupt, was passiert bei der Infektion eben und was sind die Ursachen der schweren Verläufe, was eint sozusagen die verschiedenen Risikogruppen und welche Hinweise gibt es, dass es vielleicht tatsächlich eine Alternative gibt, die ich kausale Prävention nennen würde. Denn es ist ja klar, unser Immunsystem wird ja schon seit Jahrmillionen in der Menschheitsgeschichte mit Viren bombardiert und wir sind bisher eigentlich ganz gut sozusagen ohne Impfung ausgekommen, ja, also bis vor wenigen Jahrzehnten. Und die Frage ist eben, was hat das Immunsystem sozusagen, hat das Immunsystem etwas verlernt? Kann es es plötzlich nicht mehr, ja, das tun, was es seit Jahrmillionen tut und was sind die Gründe möglicherweise dafür? Und da gibt es eigentlich ganz gute Hinweise. Das erste Mal kam schon ganz früh, also als in Wuhan die ersten Todesfälle berichtet worden sind, hat man untersucht, woran sterben die Menschen überhaupt? Und man hat sehr schnell festgestellt, es ist etwas ganz was anderes, als man eigentlich erwartet hat. Es war nicht das Virus, das die Menschen tötet, sondern eigentlich das eigene Immunsystem greift den eigenen Körper an und das Stichwort darunter war Zytokinsturm, ja, also ein Übergewicht von proentzündlichen Bodenstoffe. Ja, das Wort Zytokin heißt Bodenstoff. Beim Zytokinsturm spricht man dann von den proaktiven, in das Immunsystem stimulierenden Bodenstoffen, Zytokinen, also die eine Inflammation, eine Entzündung hervorrufen. Und wenn diese Bodenstoffe überhand nehmen, dann haben wir einen Zytokinsturm und eben die Gefahr, dass das Immunsystem selbst sozusagen uns krank macht und im schlimmsten Fall sogar tötet. Und das war sehr, sehr früh schon klar. Man kannte das eigentlich auch schon von der Grippe, bei der Influenza ist es auch so, dass letztendlich Leute, die daran sterben, meist entweder an einer Superinfektion oder Bakterien sterben oder wenn es das Virus alleine ist, an eben diesem Zytokinsturm. Und das war schon der erste Hinweis. Und ich habe da mal eine Grafik gemacht, ich zeige da mal, also normalerweise ist das Immunsystem in Balance und den Zytokinsturm kann man sehr leicht erklären, zum Beispiel an einem Beispiel, man hat einen Sprissen in der Haut, ja, und um den abzuwehren, also um das Problem zu lösen, dass man sich einen Sprissel in die Haut gezogen hat, das Immunsystem reagiert darauf und aktiviert sich und es kommt zu einer Schwellung an dieser Stelle, zu einer Veränderung der Durchblutung, Rötung und so weiter. Und das ist ganz wichtig, das ist pro Inflammation, weil durch die Rötung, durch die Schwellung und durch das Aufweichen des Gewebes kann dann eben der Sprissel sozusagen die Haut verlassen und hinterher muss repariert werden. Das sind dann die anti-inflammatorischen Zytokine, die dann eintreffen und das ganze Geschehen beenden und gleichzeitig für die Wundheilung sorgen. Also pro Inflammation, Anti-Inflammation läuft permanent in unserem Körper ab und dieses Gleichgewicht nennt man Homöostase. Und was passiert nun beim Zytokinsturm? Es kommt kein Sprissel in dem Fall, aber eben das Virus. Und anstatt sozusagen das Virus zu bekämpfen und dann nach dem Kampf sozusagen, wenn er erfolgreich beendet ist, wieder die Immunabantwort runterzufahren, kommt es stattdessen zu einer überheblichen, übertriebenen Zytokinfreisetzung. Und die macht genau das, die weicht die Lunge auf, die stört die Atmung, Atemnot und im übelsten Fall, also aus dem Sturm sogar ein Hurricane. Das heißt, sogar andere Organe fern vom Infektionsgeschehen können betroffen sein. Es kann dann zu Nierenschädigungen kommen, Herzschädigungen kommen und so weiter und letztendlich dann auch zum Tod. Und die Frage war natürlich, gab es da nicht schon Hinweise, was da vielleicht die Ursache sein könnte? Schon ganz früh, der Vorsitzende der Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie, das sind Menschen, die sich mit Hormonen beschäftigen, gesagt, naja, in Italien, das war im März 2020, die Todesrate, die man in Italien beobachtet hat, liegt eigentlich an einem Mangel in der Bevölkerung, vor allem in der Vulnerablen, also der Teil der Bevölkerung, der durch das Virus stark betroffen war, dass die einen starken Mangel an Vitamin D haben, das alles erklären könnte. Und das wusste man eigentlich schon seit 40 Jahren von der Grippe. Auch dort hat man schon relativ früh festgestellt, dass es eine Saisonalität gibt im Winter. Man warnt ja jetzt schon wieder vor der Winterwelle, also Herbst, Winter, dass da irgendwas passieren muss. Also irgendwas ist anders im Sommer als im Winter. Man hat schon vor 40 Jahren festgestellt, es muss irgendwas mit dem Sonnenlicht zu tun haben. Und deswegen nenne ich diese Erkältungskrankheiten im Winter eigentlich eher Erdunklungskrankheiten. Es ist ein Mangel an Licht, weil wir brauchen in der Haut die Vitamin-D-Synthese und das Vitamin-D selbst ist kausal verbunden mit diesem Zytokinsturm. Heißt, Mangel an Vitamin D erhöht die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass es zum Zytokinsturm kommt. Und dafür gab es auch schon ganz, ganz gute Hinweise. Schon sehr früh hat man geschaut, bei Menschen, die jetzt sozusagen ins Krankenhaus kommen, mit einem schweren Covid und auch schwere Verläufe haben, wie unterscheiden sich die von denen, die vielleicht keine so starken Verläufe haben. Und da gab es schon sehr früh Hinweise, dass der Mangel an Vitamin D im Herbst, Winter, der im Frühjahr sogar noch schlimmer wird, mit einer erhöhten Mortalität einhergeht. Und ich nenne es einfach mal eine Zahl, also 50 Nanomol pro Liter. Also wir können auch über Nanogramm pro Milligramm reden, aber die Einheit, die ich jetzt mal verwende, ist Nanomol pro Liter. Und wir können vielleicht dann unten in der Videobeschreibung dann noch reinschreiben, wie man das umrechnet für jemanden, der seinen Vitamin-D-Spiegel gemessen hat und dann schauen will, wie sieht es aus, wie ist mein Wert und dann mit den Informationen, die ihr heute im Video bekommt, zu vergleichen. Darf ich einmal ganz kurz reinhier, weil das finde ich ein sehr wichtiger Punkt und etwas, was mich schon lange ärgert, dass es eben eigentlich sogar drei verschiedene Angaben von Vitamin-D-Messwerten gibt. Es gibt zwei Angaben, nämlich dieses Nanogramm pro Milliliter, also NG-ML und dann gibt es das Nanomol pro Liter und das ist Faktor 2,5 höher. Also wenn man einen Wert von 50 Nanomol pro Liter hört oder liest, auf seinem Labor bricht, dann muss man, um auf einen anderen Wert zu kommen, wenn man eben in diesem Kontext spricht, geteilt durch 2,5 machen. Und wenn es um die Einheiten geht, Vitamin-D, dann kommt sogar noch die Bezeichnung Mikrogramm, also statt internationale Einheiten. Es gibt hier wahnsinnig viel Verwirrung, was mich schon sehr lange nachdenklich macht, warum das so ist. Aber das ist wichtig, dass man das, viele, die jetzt das Video anschauen, die wissen das, aber es gibt eben genauso viele, die hören das zum ersten Mal und haben auf dem Laborzettel dann einen Wert, wo man in der einen Einheit sagen würde, wow, ich bin total optimal versorgt, aber dann ist es eben der mit einem Faktor 2,5 mal höher. Und damit ist man dann unterversorgt. Ich hoffe, man kommt hier mit, weil das ist ein wichtiger Punkt, wo es ganz viel Verwirrung da draußen gibt. Das ist ganz wichtig. Ich kann, wenn ich zum Beispiel sage, ein Wert von 125 Nanomol ist toll, dann schauen mich alle ganz an und sagen, ich habe ja eigentlich nur 50. Und dann schaue ich, sage ich, aber welche Einheit? Dann wissen sie es nicht, weil das merkt man sich ja als Laie nicht. Und dann sind sie total verwirrt und haben vielleicht möglicherweise einen guten Wert und glauben, aber sie haben zu wenig. Oder umgekehrt, genau das gleiche Problem. Und deswegen sollte man das wissen. Aber es gibt noch einen viel gravierenden Punkt, der meiner Ansicht nach Verwirrung sorgt. Und das ist, wenn man einen Vitamin-D-Spiegel misst, misst man gar keinen Vitamin-D. Das wissen auch die wenigsten. Wenn ich Vitamin-D einnehme, geht natürlich der Vitamin-D in meinem Blut nach oben, aber nicht der Vitamin-D-Spiegel. Das braucht ein paar Tage. Das ist wichtig. Es gibt ja drei Stufen des Vitamin-Ds. Das, was produziert wird, das, was in der Leber gespeichert wird und das, was dann eben zum letztendlich effektiven Hormon wird. Das meinen Sie damit, richtig? Genau. Ich habe da auch ein Bild mal vorbereitet, weil die meisten wissen es vielleicht nicht so genau, obwohl Leute, die den Kanal anschauen, vielleicht schon mal zu einem oder anderen über Vitamin-D gehört haben. Aber es ist halt eben so, es gibt zwei Quellen von Vitamin-D. Entweder die Hautsynthese, die allerdings nur im Sommer in bestimmten Breiten gut stattfinden kann. Also im ganzen Norden zum Beispiel, wo die Inuits wohnen. Selbst im Sommer ist die Sonne, fällt zu schräg ein und kein UVB trifft auf die Haut, was dann eben die Vitamin-D-Synthese anregen würde. Das ist das eine. Und das andere ist dann eben Nahrungsvitamin D. Und zum Beispiel fettreicher Fisch hat sehr viel Vitamin D. Und deswegen haben die Inuits zum Beispiel auch ohne Sonnenstrahlung kein Problem. Für die ist es wirklich ein hundertprozentiges Vitamin. Bei uns ist es im Sommer so eine Mischform. Also man kann es einnehmen über Nahrung, aber eben auch in der Haut synthetisieren. Und dann geht es von der Hautsynthese oder vom Darm, wenn man es aufgenommen hat, eben in die Leber. Dort wird es umgewandelt zum eigentlichen Vitamin-D, zum Vitamin-D-Prohormon. Dieses Prohormon gelangt dann über den Blutstrom in die Zellen, in den Körperzellen, wo es dann zum Hormon umgewandelt wird und tausende von denen reguliert. Die Umwandlung von diesem, was wir aufnehmen, das in der Leber, das ist zum Beispiel auch magnesiumabhängig. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen sind aufgrund der heutigen Ernährung und Landwirtschaft eben Magnesium unterversorgt, in jedem Land Vitamin-D, aber kein Magnesium. Dann passiert da relativ wenig. Was die Umwandlung noch verschlimmert, ja, und wir wissen zum Beispiel auch, dass Menschen, die krank sind, eine verzögerte Umwandlung haben. Also je kränker man ist, umso ineffizienter wird das System der Umwandlung. Das kann möglicherweise eine Woche dauern, bis der Spiegel überhaupt hochgeht. Selbst wenn ich große Dosierungen zu mir nehme, sozusagen möglicherweise noch fast rechtzeitig, oh, ich werde jetzt krank, ich habe gehört, Vitamin-D hilft, also nehme ich das jetzt schnell. Aber wenn es eine Woche braucht, bis sozusagen überhaupt ein Spiegel erreicht wird, der sinnvoll ist, kann es sein, dass ich die nächsten zwei, drei Tage eben weiterhin unfassbar unterversorgt bin, obwohl ich gerade Vitamin-D zu mir genommen habe, denn das eigentliche Vitamin-D, was im Blut die Wirkung hat, nämlich das Prohormon, was dann in den Zielzellen dann eben die Funktion ausüben kann, als Hormon umgewandelt, dann als den letzten Schritt, der dann sehr schnell geht. Dieser langsame Schritt führt eben dazu, dass ich eben unterversorgt bin, trotz Einnahme von Vitamin-D und das ist ein gewaltiges Problem. Und das kann man aber, dieses Unwissen kann man aber auch nutzen. Wir können vielleicht nachher mal darüber sprechen, wenn sozusagen Studien genannt werden, wo Vitamin-D nicht wirken soll, dass genau das ausgenutzt wurde. Man hat praktisch Leuten, die ins Krankenhaus kommen, hat man nicht Vitamin-D-Prohormon gegeben, hat ihnen Vitamin-D gegeben, sogar irrsinnige Mengen. Da gibt es eine Studie mit 200.000, das ist die berühmte brasilianische Studie. Dann gibt es eine Studie, die hat man ein Jahr später gemacht, mit 100.000 Einheiten, was ich total blödsinnig finde, weil die 200.000 haben ja schon nicht funktioniert. Und dann hat man sogar noch mal mit 500.000 in Argentinien die Studie wiederholt und auch keine Wirkung gezeigt. Und ich bin ziemlich sicher, wir könnten Millionen internationale Einheiten in jemanden reinpumpen, der jetzt schon krank ist und so krank das ins Krankenhaus aufgenommen werden muss, wird nicht verhindert, dass der zwei, drei Tage später auf die Intensivstation muss mit Atemnot, weil eben der Zytokinsturm durch das Vitamin D nicht mehr verhindert werden kann, weil es die Umwandlung einfach nicht mehr schnell genug geht, wenn sie überhaupt noch stattfindet. Jetzt sind wir gerade bei einem sehr spannenden Punkt. Der Satz eben, einen Zytokinsturm zusammengefasst, ist das, was letztendlich für einen schweren Verlauf sorgt, weil das Immunsystem außer Rand und Band ist, ein Gewebe zerstört, in der Absicht eigentlich das SARS-CoV-2-Virus oder auch das Influenza-Virus zu zerstören. Es macht aber viel mehr kaputt, als eigentlich sein darf und deswegen im schlimmsten Falle Atemnot oder Todesfall, weil es eben dann auch auf andere Organe. Diesen Zytokinsturm, das habe ich jetzt gerade herausgehört, kann das Vitamin D und zwar diese zweite Stufe und auch die dritte Stufe herunterreduzieren. Warum? Was passiert da im Organismus? Warum ist das Vitamin D da so wichtig? Also Vitamin D ist ein Regulator. Es ist wie Testosteron bei Männern, das Männlichkeitshormon sozusagen, Östrogen bei den Frauen und auch Cortisol, das sind alle sogenannte Steroid-Hormone. Die eint eine Funktionalität und zwar, dass sie in die Körperzelle reinkommen, natürlich sind fettlöslich, kommen in die Körperzelle, binden im Zellkern an einen Rezeptor und wenn diese Bindung stattgefunden kann, hat diese Verbindung, dann kann der Rezeptor tausende von Gene regulieren und das ist abhängig davon natürlich, welcher Rezeptor das ist. Östrogen reguliert Sachen, die eben wichtig sind, dass eine Frau ein Kind bekommen kann zum Beispiel, Zyklus hat und so weiter, bei Männern, Bartwuchs und so weiter, Muskelwachstum, solche Dinge und das Vitamin D hat ganz, ganz viele Funktionen in praktisch allen Bereichen, von Verhinderung von Alzheimer, Wachstum des Gehirns bis eben Knochen, wo man es entdeckt hat, Knochenstabilität und Wachstum, aber eben auch das Immunsystem. Das Immunsystem ist ganz entscheidend davon abhängig, dass genügend Vitamin D da ist und wenn der Vitamin D Mangel herrscht, dann kommt es eher zu einer Überproduktion von proentzündlichen, entzündungsförderlichen Zytokinen und einem Mangel an sozusagen entzündungsblockierenden Enzymen, Zytokinen, die man benötigt, um die Entzündung wieder abzurunter zu regulieren, wenn sozusagen die Infektion überstanden ist und das passiert eben nicht unter Vitamin D Mangel und das wird ganz besonders beim SARS-CoV-2, das triggert, das bindet ja an der Oberfläche von den Zellen an einen Rezeptor, nennt man ACE2 und dieser ACE2 Rezeptor ist selbst verantwortlich für diese Balance und sorgt dafür unter normaler Regulation, dass eine Balance, das Immunsystem in Balance bleibt und durch die Bindung wird diese Balance sozusagen gestört, sie geht in Richtung proinflammatorisch und zum Beispiel Vitamin D, eine der Wirkungen ist es, genügend von diesen Kopien von diesem Rezeptor herzustellen, sodass, wenn der Virus in Paar bindet, immer noch genügend da sind, um die Regulation aufrechtzuerhalten. Wenn ich aber unter Vitamin D Mangel einen Mangel an diesem Rezeptor habe, dann kann das Virus alle besetzen und dann habe ich eine massive Dysregulation. Mir fällt da gerade ein Bild dazu ein, Herr Dr. Nils, und zwar eine Wippe auf dem Kinderspielplatz und das SARS-CoV-2-Virus belegt eben dann mehrfach die eine Seite und auf der anderen Seite ist einfach zu wenig Vitamin D als Ausgleich. Das heißt, wir sollten versuchen, Vitamin D nach oben zu fahren, damit eben dann diese Wippe in Ausgleich kommt und dann ist das Immunsystem im Aussichtlichen. Passt dieses Bild? Ja, im Prinzip kann man es so anwenden. Im Prinzip ist, die Wippe, über das sie wippt sozusagen, ist dieser Rezeptor und wenn der eben nicht funktioniert, dann habe ich einen Schrägstand von vornherein schon. Ich bin in einem chronisch pro-inflammatorischen Zustand. Man kennt das als chronische Entzündung, die ein Großteil der westlichen Bevölkerung hat, aufgrund der Ernährung, aber eben auch aufgrund von Mangel von bestimmten Mikronährstoffen. Da gehört auch Selen und Zink und andere dazu. Aber Vitamin D ist gravierend. Es ist insofern gravierend, als dass, oder ich will es mal anders formulieren, jeder Mangel an einem Mikronährstoff, der essentiell ist, führt zu einer Disbalance. Aber es ist nur für Vitamin D gezeigt worden und zwar gravierend, dass wenn ich da noch rechtzeitig interveniere, entweder präventiv oder wenn dann eben in der brasilianischen Studie schon Patienten ins Krankenhaus müssen, dann eben nicht Vitamin D gebe, sondern Vitamin D pro Hormon. Und wenn ich das mache, reduziere ich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient dann auf Intensivstation muss gegenüber der Kontrollgruppe, die das Pro Hormon nicht bekommt, vom Faktor 25. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich wow. 25? Faktor 25. Das heißt, wenn ich sozusagen dieses Pro Hormon gebe und dann interveniere, was im Prinzip ein kausaler Beweis ist, dass eben das Vitamin D-System entscheidend ist, ob ich nun auf der Intensivstation lande oder nicht, das ist Faktor 25. und dieses Experiment war nicht zufällig. Also das berühmte MIT, Massachusetts Institute of Technology und Harvard Universität Boston, die haben das untersucht und haben die Studie genau, also wirklich auseinandergenommen über Zeiten, Statistika und haben gesagt, kann das ein Zufall sein, weil sehr kritisch, oder ist es tatsächlich dem Vitamin D pro Hormon beschuldet, dass wir diesen massiven Effekt haben? Und die haben gesagt, wir müssen über eine Million Mal so einen Versuch wiederholen, um das Ergebnis zufällig, dass das Ergebnis zufällig so ist. Also das ist absolut safe. Hochsignifikant. Es ist sogar so hochsignifikant, dass ich in meinem Buch gesagt habe, im Buch Herdengesundheit gesagt habe, weitere solche Studien durchzuführen, ja, weitere solche Studien durchzuführen, halte ich für absolut unethisch. Und Leute, die jetzt fordern, ja, das war eine kleine Gruppe von knapp 80 Leuten, das kann doch nicht sein, da habe ich zwei Argumente dagegen. Erstens, wenn das Ergebnis so eindeutig ist, ja, dann brauche ich keine große Studie. Und im Extremfall nur ein Gedankenexperiment. Es gibt keine klinische Studie, die bisher bewiesen hat, dass auf eine heiße Herdplatte zu fassen, gefährlich ist. Hat noch niemand gemacht, weil das Ergebnis ja eindeutig ist. Ich meine, ich brauche nur eine Versuchsperson, die fasst die Herdplatte an, schreit und sagt, aua, ja, und dann braucht man keine zweite, um zu beweisen, dass es sozusagen, ob das statistisch signifikant ist. Es ist statistisch signifikant. Eine Person reicht und die Kontrollgruppe wäre auf eine kalte zu lang, kein Problem, ja, und das reicht schon. Große Studien brauche ich nur, wenn die Effekte sehr gering sind. Ja, aber das Witzige ist ja, dass große Studien, die oft bei Medikamenten gemacht werden, die man einfach nur gibt, weil die Menschen eigentlich einen Vitamin-D-Mangel haben, gibt man ein Medikament, aber das Medikament kann ja den Mangel nicht ausgleichen. Insofern bleibt die Grundproblematik ja bestehen, warum die Krankheit entstanden ist und man versucht eigentlich nur, die Symptome zu therapieren. Und wenn dann die Effekte nicht besonders groß sind, brauche ich halt 10.000, 20.000 Leute in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe, um dann die kleinen Unterschiede rauszufiltern, ja. Ja, verstehe. Aber diese Größe der Studie wird dann sozusagen als etwas, als Verkaufsargument genommen. Oh, schau mal, eine große Studie, ja. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist genau das Gegenteil der Fall. Je größer die Studie, umso schwächer die Effekte, die da bewiesen wurden. Ja, und das heißt, die kleinen Studien reichen eigentlich. Und dann, und das zweite Argument eben gegen größere Studien im Falle von Prohormon oder Vitamin-D-Gabe ist halt eben das, dass man sagt, naja, wie würdest du entscheiden, der jetzt eine größere Studie fordert, wenn du selbst in die Gefahr läufst, krank zu werden und in die Kontrollgruppe zu kommen. Ja, also wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste mit einem, ja, schweren Covid und Angst haben müsste, auf Intensivstationen zu kommen, beatmet werden zu müssen und möglicherweise zu sterben, dann würde ich einen Teufel tun und sagen, bitte macht ein Experiment mit mir, gib mir vielleicht oder vielleicht auch nicht das Prohormon oder eben ein Dacebo und Scheinex-Medikament und dann macht er eine schöne Studie mit mir. Ich würde sagen, Gott im Himmel, gib mir Vitamin-D-Prohormon. Ich will auf keinen Fall einen schweren Verlauf. Ja, und das ist aber, ja, ignoriert worden. Es wurden tatsächlich noch größere Studien gemacht, insgesamt noch drei weitere. Also eine noch mal kleinere in Amerika, aber mit dem gleichen Ergebnis letztendlich wie in Cordoba. Ich nenne es die kleine Cordoba-Studie, die ich da jetzt gerade hingewiesen habe. Aber es gab dann noch eine große Cordoba-Studie mit fast 1000 Teilnehmern, dann eine große Barcelona-Studie, auch nochmal 8, 900 Teilnehmer und man kam zum gleichen Ergebnis. Also ebenfalls so große Effekte. Ich meine, ein Faktor für... Das waren nicht ganz so gewaltig, aber sie waren gravierend. Also 90 Prozent Reduktion, schwerer Verläufe und so weiter und so weiter. Und das heißt, man hätte sehr, sehr viele Menschen retten können und in Barcelona, glaube ich, war es, da hat man es auch noch rausgefunden, die, die man nicht hat retten können vor einem schwereren Verlauf dann, ja, in Richtung, die wenigen, die man nicht retten, die hatten von vornherein schon einen sehr geringen Vitamin-D-Spiegel. Also sie hatten alle einen geringen Vitamin-D-Spiegel, aber da war es natürlich auch bei geringen Vitamin-D-Spiegel, gibt es ja Gradierungen, also sehr, sehr wenig gegen wenig und noch weniger. Und dann hat man eben festgestellt, wenn der Vitamin-D-Spiegel ein bisschen höher ist in der Gruppe als im Durchschnitt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass die, sozusagen, die Interventionen versagt, 70 Prozent reduziert. Das heißt, auf Deutsch, wir haben, wir müssen präventieren, ja, wir müssen präventieren mit Vitamin-D, dann habe ich gar nicht die Problematik, dass ich jetzt noch mit Vitamin-D pro Hormon eingreifen muss, ich lasse es gar nicht erst so weit kommen, und da gibt es auch wirklich wunderschöne Studien, also das wissen die meisten nicht, weil die Vitamin-D-Prävention in den Medien immer nur auf wenige Studien hingewiesen wird, aber in Wirklichkeit, das ist der Stand Juni 2022, gibt es 82 Interventionsstudien, also Präventionsstudien mit Vitamin-D. Also nicht Vitamin-D pro Hormon, ich finde es wirklich von Vitamin-D. Das, was man als Pille, als Tropfen zu sich nehmen kann, genau, was man so praktisch über die Sonne in der Haut produzieren kann. Zum Beispiel das, ja, und wenn man das sozusagen präventiv macht, also noch bevor man erkrankt oder bevor man eine Infektion hat, dann wirkt das hervorragend. Alle Studien, die gemacht worden sind, zeigen, Vitamin-D schützt vor schweren Verläufen. Jetzt aber, hat man aber vier Studien gemacht, wo man eben das Vitamin-D nicht sozusagen präventiv wirklich gab, sondern man gab es erst zu einem Zeitpunkt, wo schon die Krankheit so weit fortgeschritten war, dass die Menschen schon im Krankenhaus gelandet sind. Also die konnten nicht mehr zu Hause bleiben, die wurden ins Krankenhaus auf die normale Covid-Station aufgenommen. Und die bekamen dann nicht Vitamin-D pro Hormon, sondern eben Vitamin-D, was zu spät kommt. Da gab es vier Studien. Eine, was war so spät, da hat man es erst gegeben, als die Leute schon auf der Intensivstation waren. Und dann, die erste Stufe, die wir vorhin schon gelernt haben, muss erst noch umgewandelt werden und dann nochmal umgewandelt werden. Und das ist im Krankheitsfall sogar nochmal deutlich verzögert. Also eigentlich ein völliger Humbug. Das heißt, man wusste, also jeder, der sich mit Vitamin-D auskennt und ich nehme mal an, dass Leute, die so eine Studie durchführen, das eigentlich tun, weil man lässt ja nicht einen Laien jetzt so eine Studie durchführen. Da muss man einen Antrag stellen, man weiß das alles und ich habe schon vorhin auf diese brasilianische Studie hingewiesen, da hat man eben 200.000 Einheiten, gewaltige Zahl, ja, 200.000, ja, man soll ja nur 400 bis 800 nehmen offiziell, also ein viel, vielfaches, ja. Und dann hat man das gemacht und eben keine Wirkung erzielt, also die Interventionsgruppe, die jetzt Vitamin-D bekam und die Kontrollgruppe haben praktisch eine gleiche Art von Verlauf gehabt, die gleichen Wahrscheinlichkeiten eben auf Intensivstation zu kommen und dann kamen gegen solche Medien wie ein Lauffeuer, Vitamin-D-Versagen, Einzeldosis, keine Funktion, keine Wirkung und das fand ich schon dramatisch, weil die anderen 78 Studien, die die Wirkung gezeigt haben, weil man es ein bisschen früher gibt, wurden ignoriert. Aber was ich noch viel unethischer finde, ja, weil man schon wirklich auch von Ethik reden, weil es ist ja eine Präventionsmaßnahme, die, ja, eigentlich vollkommen sicher ist, ja, also wir haben einen Mangel und wir gleichen den Mangel aus und ich meine, da kann ja nichts Schlimmes dabei sein, ja, also wenn ich einen Mangel ausgleiche, ist es eigentlich erst mal was Gutes und das wurde sozusagen jetzt, ja, in Frage gestellt, weil, ja, eine hohe Dosis bringt ja nichts. Aber zwei Sachen sind bei dieser Studie noch passiert, die mich wirklich ärgern, als Wissenschaftler ärgern. Das eine war, dass man in dieser Studie, die wurde ein halbes Jahr nach der Publikation der Cordoba-Studie gemacht, mit gleichem Studiendesign. Also ganz kurz, Cordoba war die, woraus kam 25-fach erhöhte Wirkung? Ja, also Bei weniger Wahrscheinlichkeit, schweren Verlauf zwischen Wahrscheinlichkeit, dass man auf den Intensiv muss und noch ergänzend dazu zu sagen, in der Kontrollgruppe, die kein Vitamin D-Pro-Hormon bekam, starben 8 Prozent. In der Interventionsgruppe starb niemand. Also die, die Vitamin D-Pro-Hormon bekamen, ist niemand gestorben. Deswegen auch der Vorwurf der Unethik. Ja, deswegen der Unethik. Ich meine, ich würde nicht weitere Studien fordern. Ich würde sagen, Leute, gebt allen Menschen Vitamin D-Pro-Hormon, wenn sie schon ins Krankenhaus müssen. Noch besser, gebt ihnen Vitamin D, dass sie diese Woche haben, um den Vitamin D-Pro-Hormon-Spiegel, was ja eigentlich der Vitamin D-Spiegel ist, der Vitamin D-Pro-Hormon-Spiegel, um den anzuheben. Und dann hat man eine wunderbare Prävention und genau diese Situation, die man eben versucht, dann noch ganz schnell noch irgendwie mit Vitamin D-Pro-Hormon hinzubekommen. Aber was ich eben unnettlich fand bei dieser brasilianischen Studie, waren zwei Dinge. Das eine ist, sie wurde publiziert ein halbes Jahr später mit gleichem Studiendesign. Also Studiendesign heißt, Menschen kommen ins Krankenhaus mit Covid, Lungenentzündung und werden in zwei Gruppen zufällig eingeteilt und die eine Gruppe bekommt eben jetzt einen Stoff und die andere Gruppe bekommt den nicht. Und dann vergleicht man die Auswirkungen. Wenn ich nur Vitamin D gebe, kein Effekt, gebe ich Vitamin D-Pro-Hormon, ein gewaltiger Effekt. Und die Logik ist eben in der Biologie von Vitamin D-Pro-Hormon und Vitamin D, also mit dem Stoffwechsel. Da ist die Logik dahinter. Aber was man jetzt machen müsste, wenn man so eine Studie publiziert wie die brasilianische, die ja prinzipiell die Cordoba-Studie kopiert mit einem kleinen Unterschied, eben nicht Pro-Hormon, sondern Vitamin D, die erwähnt diese Studie gar nicht. Die wird noch nicht mal diskutiert. Also wenn ich irgendwas als Wissenschaftler publiziert habe und muss ich erstmal recherchieren, was haben andere in dem Fall schon publiziert und wenn da eine große Diskrepanz zwischen meinem Ergebnis und dem Ergebnis anderer ist, dann muss ich auf diesen Unterschied hinweisen und muss erklären in der Diskussion meiner wissenschaftlichen Arbeit, warum diese Unterschiede sind. Und in dem Fall wäre es relativ klar, die sehen den Effekt, ich sehe keinen. Aber das haben die einfach ignoriert. Das ist praktisch ein Laie, der diese Studie liest, möglicherweise von der Cordoba-Studie gar nichts weiß. Und weiß nur, aha, das funktioniert nicht. Und dann wird es noch übler. Was die dann gemacht haben, also das, weil es dann eben auch unkommentiert in den Medien zu lesen ist, auf der Ärztezeitung und so weiter, was dann gemacht wurde, ist, man hat den Vitamin D-Hormonspiegel, also Vitamin D-Spiegel gemessen, aber eben, ja, erst als die Leute entlassen wurden. Also die, die von den beiden Gruppen zufällig überlebt haben, ja, ja, obwohl das Vitamin D keine Wirkung zeigte, aber die, die halt überlebt haben, denen hat man dann bei Entlassung den Spiegel gemessen. Also im Prinzip eine Woche oder zwei Wochen oder zehn Tage nach der Aufnahme ins Krankenhaus. Da war natürlich in der Zwischenzeit genug Zeit, den Spiegel etwas anzuheben. Aber das wurde nicht gesagt, dass es bei Entlassung gemessen wurde. Das steht im Kleingedruckten. Also die Leute, das heißt, das Ergebnis, was hinten rauskam, sprich bei der Entlassung, für jemanden, der die Studie nicht richtig ließ, das Kleingedruckte nicht entdeckt, der denkt, okay, die kam schon mit einem einigermaßen vernünftigen Spiegel auf die Intensivstation zum Beispiel. Also sieht man ja, es hat keinen Zweck. Ja, man hat die 200.000 Einheiten gegeben, der Spiegel wurde erhöht und trotzdem die Intensivstation. Dass aber letztendlich der Spiegel erst nach der Intensivstation möglicherweise hoch war und die nur zufällig überlebt haben, weil sie halt Glück hatten, das wurde dann nicht erwähnt. Genauso wie der Hinweis auf die Cordoba-Studien. Das fand ich schon ziemlich verrückt eigentlich und eigentlich gefährlich, weil es hat ja Konsequenzen. Und vor allem hat es Konsequenzen, wenn dann die Medien nur über die wasilianische Studie des Vorles berichten. Und jetzt vielleicht gerade mal, Herr Dr. Nils, bezüglich der Medien, ich möchte vorsichtig sein. Es geht nicht jetzt um Medienbashing. Das machen mir zu viele im Moment. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich beobachte Vitamin D schon seit einem Jahrzehnt, ziemlich intensiv. Und jetzt kann es sein, dass ich eben eine gewisse Brille habe, definitiv, weil ich eben das beobachte. Das Gefühl war auf jeden Fall da, dass vor allem während Corona die Medien noch, also ich habe das noch nie davor so intensiv beobachten können, wie die Medien tendenziell ganz klar negativ über Vitamin D und es bringt alles nichts, das alles nur Betrug. Da sind wir auch beim Titel dieses Interviews. Da frage ich mich, warum passiert das? Warum ist gerade während Corona wo Vitamin D offensichtlich laut Wissenschaft, Beispiel Cordoba-Studie oder MIT, wo es doch wirken könnte, warum bashen die Medien so darauf rum auf diesem Vitamin D? Gibt es irgendeinen vernünftigen logischen Zusammenhang, wo man sagen könnte, ja, okay, da haben sie ja recht, muss man aufpassen mit. Man hört ja auch von Überdosierung. Kürzlich habe ich gelesen, dass ich einer irgendwie jeden Tag, waren das 50.000 oder 100, es waren 150.000 Einheiten Vitamin D jeden Tag reingeballert hat. Der hatte eben dann eine Vitamin D-Vergiftung, aber das ist ja der eine einzige Fall und der wird eben dann gleich medial. Ich habe das mehrfach aus verschiedenen Richtungen aus meiner Community geliefert bekommen, diese Anzeige. Was stimmt da nicht? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, ich meine, die 150.000, das ist ja schon absolut irre, der hat das über ein halbes Jahr eingenommen und was man sagen muss, dass der dann krank wurde, wer weiß, ob es allein nur am Vitamin D gelegen ist, das wissen wir noch nicht einmal, weil er ja nicht nur Vitamin D überdosiert hat, sondern praktisch andere Sachen. Nährstoffe hat er für tausendfach überdosiert. In der Studie selbst heißt es, man sollte eigentlich nur 400 Einheiten am Tag nehmen, sagen die Studienautoren und der hat 150.000 genommen, also das ist ja, muss man gerade mal rechnen, ich glaube das 400-fache oder so. Ja, es müssten so 380-fache grob. Ja, ja, also absolut irre, also wenn man das jetzt mal, wenn man es in gleich einer Studie machen würde oder in gleich einem Einzelfall berichten würde, wo sich jemand täglich zweimal impfen lässt oder so. Ja, was man auch eine ähnliche Überdosierung an Impfung wäre, also jeden Tag zweimal oder wenigstens einmal täglich sich impfen lässt, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang. Ich weiß nicht, wie es der Person gehen würde und das würde man garantiert nicht medial ausnutzen und sagen, hey, guck mal, die Impfung ist gefährlich, man kann sich da überdosieren. Ja, ich meine, das ist ein Irrsinn mit so einer Einzelperson, die ja, möglicherweise auch, ja, einfach keine Ahnung, warum das passiert ist. Es hieß, der irgendein Heilpraktiker oder wer auch immer hätte oder ein Arzt hätte eben das so gesagt, das müsste er machen. Das ist natürlich verrückt. Aber man ist ja immer noch mit den 400 Einheiten, die da angegeben werden, wurden, ist natürlich auch ein Blödsinn, weil man kann schon ein bisschen höher dosieren und man muss höher dosieren. Es ist schon relativ lange klar, dass man, jetzt mal wieder bei Nanomol sind, ja, wenn ich keine Eigenproduktion habe und ich muss irgendwie auf 100 oder 125 Nanomol kommen, ich nenne es ganz bewusst 125 Nanomol als den Zielbereich, weil es gibt eine Studie, aufgrund aller sozusagen Studien, die es bisher gab, gab es eine Analyse, ich nenne es eine Meta-Analyse von drei deutschen Forschern und die haben herausgefunden, dass wenn man einen Wert auf 125 Nanomol bringen würde, es überhaupt keine Todesfälle mehr durch Covid geben würde. Keine? Keine. Noch mal, noch mal, noch mal, das finde ich einen wichtigen Punkt. Es ist wirklich wahr. Wenn man auf einen Wert von 125 Nanomol pro Liter, Achtung, anderer Wert, das wären 50 Nanogramm pro Milliliter, dann gäbe es keine Corona-Toten mehr. Statistisch halt. Statistisch, okay. Ja, statistisch. Das heißt, das ist keine Abwertung. Das Leben ist eben ein statistischer Prozess. Niemand lebt ewig und es kann natürlich schon sein, dass manche Menschen, da eine Schnupfe schon zu viel ist, weil die Lungenfunktion eingeschränkt ist. Also man kann nicht alle Menschen, Vitamin D ist ja kein Lebensretter in dem Sinne. Es ist das Problem, dass der Mangel zu Problemen führt. Ja. Das hat auch schon das Deutsche Krebsforschungszentrum 2020 im November, glaube ich, publiziert, dass neun von zehn Corona-Toten durch Vitamin-D-Gabe vermieden werden könnten. 2020 haben die das schon publiziert? Ja, das Deutsche Krebsforschungszentrum, also nicht irgendjemand. Und das beruht aber nicht als irgendwie, die Zahlen kommen nicht von irgendwo her. Man hat herausgefunden, dass wenn man unter 50 Nanomol ist, gegenüber über 50 Nanomol, die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu versterben, um 18-fache erhöht ist. Jetzt muss man wieder aufpassen. Das ist genau diese Schwierigkeit. 50 Nanomol sind dann 20 Nanogramm pro Milliliter. Ja, da muss man wieder dieses umrechnen. Und vielleicht kann man da mal ganz kurz drüber sprechen, wie viele Menschen stecken eigentlich in diesem gefährlichen Bereich? Also das wäre dann laut dieser Zahl unter 20 Nanogramm pro Milliliter oder 50 Nanomol pro Liter. Wie viele stecken da ungefähr drin? Die meisten. Also im Jahresmittel sind es über 90 Prozent. Ja, es sind also, im Winter haben wir 30, ist so der Durchschnittswert, die sind runder. Der Wert klettert in Deutschland, da habe ich auch eine Kurve, die kann ich mal in der Zeit eintreten später. Wir haben wirklich dann Werte eigentlich nur im Hochsommer, wo dann in die Richtung 50, 60 laufen, Nanomol als Durchschnitt in Deutschland. Aber der Zielwert ist unter 20. Das heißt, selbst im Sommer sind wir unterversorgt. Das hat viele Gründe. Und auch da sorgt man wieder dafür, dass diese Gründe auch immer allen im Hinterkopf sind. Also gerade vor ein paar Wochen gab es eine Publikation in Medscape, das ist ja das Wissenschaftsportal für Ärzte, wo sie sich informieren oder ein Heilberufler. Und da gab es, haben sie berichtet über eine Studie in USA, wo man Leute befragt hat, wie weit sie sich sozusagen vor der Sonne schützen und was man dazu beachten muss. Und da war man ganz entsetzt, wie wenig die Leute wissen, dass man sich zum Beispiel zweimal am Tag, zweimal alle zwei Stunden eincremen soll mit einem wirkungsvollen Sonnenschutzfaktor, dass man sogar mit Kleidung in der Sonne Krebs bekommen kann, Hautkrebs bekommen kann und dass man am besten geschützt wäre im Schatten, im Haus. Und das heißt, eine große Warnung, Hautkrebs und schützt euch vor der Sonne. Und das ist also im Prinzip ein Ende der Eigenproduktion. Das steckt ja sozusagen dahinter. Gleichzeitig habe ich die Warnung, dass eine Überdosierung stattfinden kann, wenn ich mich selbst versorge. Dann die Warnung, Vitamin D wirkt nicht. In allen Medien, also Welke und so weiter, Vitamin D funktioniert nicht. Vitamin D ist ein großer Hype. Auch wieder in Medscape eine klare Aussage, war gerade, glaube ich, im März jetzt, ja, im 22, also noch gerade ein paar Monate her, mit der Aussage, wann hören wir endlich auf, Vitamin D überhaupt Studien zu machen zu Corona. Das stand da drin, weil die alle insignifikant wären, also von wissenschaftlicher Unbedeutsamkeit, ja, keine sozusagen statistische Signifikanz, also ich habe vorhin gesagt, eins zu einer Million bei der Cordoba-Studie, aber das ist hochsignifikant, aber er macht einfach pauschal, es gibt keine signifikanten Studien. Die zweite Aussage war, wann hören endlich Ärzte auf, überhaupt Vitamin D zu messen und die dritte Frage, die dieser hergestellt hat, ein Kardiologe, dass er überhaupt einen Raum bekommen hat, solche Fragen zu stellen, finde ich erstaunlich. Die dritte Frage war dann, wann hören endlich Patienten auf, unnütz Geld auszugeben für Vitamin D. Das heißt, eine klare Aussage, bleibt im Schatten, am besten im Haus, wenn er rausgeht, dichte Kleidung tragen, Sonnencreme drauf, das heißt, selbst im Sommer keine Chance, benötigen Vitamin D aufzunehmen und dann, also über die Haut zu synthetisieren, dann nimmt kein Vitamin D zu dir und die Kombination, ja, es sorgt natürlich für einen gravierenden Mangel an Vitamin D in der Bevölkerung und dabei gewiss wissen, dass der Vitamin D eigentlich im Normbereich, ich meine, es ist nicht der Normbereich von Normalität, was in der Bevölkerung ist, sondern ein Normbereich, was natürlich wäre, ja, was man auch bei Wildvölkern misst, die, ja. Bei Wildvölkern, die noch so leben wie früher, ich meine, das ist ja offensichtlich, die leben nicht den ganzen Tag in Höhlen, was wollen die auch in der Höhle oder Hütte den ganzen Tag, da gibt es ja nicht mal Netflix, sage ich da immer, das ist langweilig, also waren die draußen, die kennen auch keinen Sonnenschutz, die behandelt eben vom frühen Frühjahr bis in den spärenden Herbst draußen, haben einen ganz natürlichen Vitamin D-Level aufbauen können, sind mit einem vollen Speicher in den Herbst, in den Winter gegangen oder das tun sie heute noch und füllen ab und zu eben auch mal mit Fisch nach, das darf man nicht vergessen, also die essen ja auch durchaus, nicht alle, aber eben etwas, was Vitamin D noch enthält, so kommen wir gut über den Winter. Ich mache das gerade ziemlich fassungslos, das wusste ich so noch nicht, das Netscape, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist Netscape? das ist ja nicht irgendwie eine Bild-Zeitung oder irgendwas, wo man irgendwie so brutale Headlines, so Clickbait macht, sondern, was ist Netscape? Also Netscape von Medizin-Konferenz. Netscape, nicht Netscape. Ja, nee, also das ist sozusagen das Portal, das gibt es in allen Sprachen, also das ist nicht jetzt wie die Ärztezeitung oder das Ärzteblatt, was nur deutschsprachige Leser hat, sondern das wird international publiziert und wird in alle Sprachen, die relevant sind, übersetzt. Also dass praktisch hier man nicht nur von einer Informationsquelle für deutsche Ärzte oder deutsche Heilberufler sprechen muss, sondern von einer Informationsquelle, die eigentlich die Gesundheitspolitik und das Gesundheitsverhalten auch in Heilberufen weltweit steuert. Und solche Informationen. So ein gewichtiges Blatt und dann so eine Aussage. Das wäre ja in Ordnung, finde ich immer gut, wenn man dann zwei Lager hat. Das heißt, die einen, die genau eben das beschreiben, was sie hier auch beschreiben, dass es eben eine klare wissenschaftliche Datenlage gibt und dann eben das Gegengewicht, dass man ich selbst, finde ich immer gut, dass man sich im Bild machen kann und wem schenkt man mehr Glauben? Wo steckt mehr wissenschaftliche Relevanz dahinter? Aber so wie ich das rausgehört habe, im Netscape gibt es dieses Gegengewicht nicht im positiven Sinne für Vitamin D. Oder habe ich das? Ja, also wenn die Studien, wir haben dann recherchiert, die Cordoba-Studie wird auch zum Beispiel zitiert, aber dann wird sofort darauf hingewiesen, ja, aber die war zu klein oder in der einen Gruppe waren vielleicht mehr, die Bluthochdruck hatten oder die Altersstruktur war ein bisschen anders und die wurden zufällig sortiert. Was dann nicht mehr groß erwähnt wird, ist, dass es noch eine zweite, dritte oder vierte Studie gibt oder dass das MIT gezeigt hat, dass es tatsächlich nur aufs Bruchhormon ankam und nicht auf den Gesundheitszustand vor Erkrankung der beiden Kohorten. Die, wie gesagt, zufällig war. Und da hat keiner gesagt, ich mache es nur, Vitamin D gebe ich nur denen, die keinen hohen Blutdruck haben, ja, sondern es wurde ja von vornherein randomisiert, das heißt eine zufällige Zuordnung. Das wurde alles nicht so genau erwähnt und das zeigt natürlich, dass man hier einseitig Bericht erstatten will und dass letztendlich, ich meine, die Aussagen, die jetzt gerade im März kamen, im Eskip, man soll Vitamin D gar nicht mehr messen, gar keine Studien mehr durchführen und das ist schon gravierend und dann die gleichzeitige Warnung, sich vor Sonne zu schützen und dann haben wir eine Kombinatorik, die letztendlich lebensgefährlich ist. Ich meine, ich gehe wieder zurück aufs Deutsche Krebsforschungszentrum, neun von zehn hätten durch Vitamin D-Gabe gerettet werden können und das ist ja eine Aussage, die aufgrund von Studien gemacht worden ist. Und schon 2020? Ja, im November, aber man hat ja schon im April wurde dann sogar die Maßnahmen vorgeschlagen, also wer eine Infektion hat, einen positiven Test hat, sofort 10.000 Einheiten jeden Tag, um den Spiegel möglichst schnell hochzubringen und nach einer Woche oder so oder zwei Wochen dann auf 5.000 runter eine Erhaltungsdosis. Es könnte man sagen, ja, 4.000, 5.000 Einheiten, das ist ja weit über dem, was zum Beispiel die DGE oder die Behörden so empfehlen, das wird ja nur 800 sein. Aber nur in Deutschland. Ja, also zum Beispiel die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Die FSA, ja, die FSA. Ja, genau, die hat zum Beispiel schon im, ich glaube 2012 war es, gesagt, dass, also 4.000 Einheiten für Erwachsene und Erwachsene gilt man in dem Fall jetzt ab elf Jahren schon, also Jugendliche, elf bis, sogar ein bisschen zu höchster Alter, 4.000 absolut okay ist, ja, auch für Schwangere und Gebärende, 4.000 Einheiten ist in Ordnung. bis im ersten Lebensjahr sind es sogar 2.000 Einheiten in Ordnung und man weist sogar darauf hin, dass man damit immer noch einen riesen Sicherheitsabstand hat, bevor man mit Haupt, mit Nebenwirkungen zu rechnen hat. Und die Hauptnebenwirkung ist ja vielleicht, das auch mal ganz kurz zu erwähnen, was auch immer und immer wieder, das sehe ich eben auch medial, erklärt wird, dass es eben dann zur Kalzifizierung kommt, weil eben Vitamin D hilft, das Kalzium besser aufzunehmen und wenn es dann zeitgleich nicht noch das Vitamin K2 dazu gibt, dann kann es eben sein, dass sich das an, Achtung, entzündeten Blutgefäßen ablagert oder auch in den Nieren ablagert und dann kann es ein Problem werden, nochmal, nur bei sehr, sehr hohen Dosierungen und wenn selbst eine öffentliche Behörde auf EU-Ebene, die gehen dann natürlich mit einem gewaltigen Sicherheitsabstand dran, wenn die empfiehlt, 4000 Einheiten jeden Tag, Sommer oder Winter. Ja, ist eine tolerable Höchstgrenze. Ich meine, es geht ja darum, man muss jetzt nicht jeder 4000 Einheiten nehmen am Tag, das ist ja gar nicht nötig, wenn ich nur eine Eigenproduktion habe, das muss ich eben abstimmen. Es kann sein, dass ich im Sommer vielleicht nur 1.000 oder 2.000 Einheiten brauche. Ich erwähne es mal, mache noch einen weiteren Hinweis, diese 800 Einheiten, das weiß man auch schon sehr lange, beruhen eigentlich auf einem Rechenfehler. Also man will eigentlich die 50 Nanomoll erreichen und wenn man jetzt davon ausseht, man hat keine Eigenproduktion und bekommt nur 800 Einheiten, dann reicht das nicht. Es gibt genügend Studien, es gibt so eine Doktorarbeit von einem Herrn Schmiedl, ein Doktor Schmiedl, der hat es vorwärts zu meinem Buch geschrieben, der hat damit seine Doktorarbeit gemacht mit dem Thema Vitamin D und was man braucht, um einen gewissen Spiegel zu erreichen, aber es gibt auch mehrere weitere Studien in der Zwischenzeit, die haben das bebelegt, man braucht, um ein Nanomoll zu erhöhen, braucht man 50 internationale Einheiten. Wenn ich jetzt gar keine Eigenproduktion habe und auf 100 Nanomoll kommen will, dann brauche ich 100 mal 50 internationale Einheiten, das sind 5.000. Und auf die 50 zu kommen, was ja für die Knochengesundheit ausreichen soll, Nanomoll pro Liter, nicht Nanogramm, weil 50 sind eben die 20, wie vorhin schon erwähnt. Wir müssen es, glaube ich, unter der Videobeschreibung noch mal genau hinschreiben, damit man es wieder nachrechnen kann, leicht. Aber der Punkt ist eben, wenn ich auf 50 Nanomoll kommen will und ich habe keine Eigenproduktion im Winter, dann komme ich mit 800 aber gerade auf 16. 800 sind ja gerade... Nanomoll pro Liter. Ja, es sind 16 mal 50 Einheiten und es sind dann so 16 Nanomoll pro Liter, die ich gerade von 0 erhöhe, und dann bin ich auch 16. Aber ich muss ja auf 50 für Knochengesundheit kommen und ich brauche 100 bis 125 für Allgemeingesundheit, also die längst größte Langlebigkeit. DKFZ darauf hingewiesen, wenn wir auch diese Werte erreichen würden, hätten wir 13 Prozent weniger Krebstote in Deutschland, 30.000 weniger Tote aufgrund von Krebsmetastasierung jährlich in Deutschland, nur durch Vitamin D. Das heißt, wenn ich Vitamin D gebe, habe ich ja nicht nur den Effekt sozusagen jetzt, ich habe eine bessere Chance bei einer Corona-Infektion. Ich habe auch bessere Chancen bei einer Influenza-Infektion. Ich habe bei jeder respiratorischen Erkrankung bessere Chancen, weil ja die Impfung ja nur gegen das eine helfen soll, aber nicht gegen alle anderen. Und dann habe ich noch das Thema Knochengesundheit, Krebsprävention, weil Krebs ist ja auch ein Mangel an Immunüberwachung. Ich meine, Krebszellen entstehen ja dauernd in meinem Körper und das ist aber kein großes Problem, solange mein Immunsystem die angreift und zerstört diese veränderten Zellen. Aber unter Vitamin D-Mangel funktioniert das nicht besonders und die Konsequenz ist eindeutig, die Krebsrate steigt. Das heißt, wir könnten mit einem natürlichen Vitamin D-Spiegel so viel Gutes bewirken, aber auch natürlich weniger Umsatz machen in vielen, vielen Bereichen von Chemotherapie bis Osteoporose-Behandlung, Hüft-Knochen-Replantation, also Transplantation, wenn dann Knochen bricht im Alter. All diese Dinge passieren ja nur, weil wir chronisch an Vitamin D unterversorgt sind. In einem meiner Videos, auch über Vitamin D, hatte ich das mal als Rechnung aufgemacht, um 3000 Einheiten Vitamin D zu bekommen über einen ganz gewöhnlichen Nahrungsergänzungshersteller, wäre die Investition pro Tag bei 0,7 Cent, nicht Euro, Cent, 0,7 Cent. Und wenn es die Bundesregierung entschließen würde, Gesundheitsministerium, dass wir eben mal wirklich eine Kampagne machen, um die Menschen einfach mal so minimal zu versorgen, um auf diesen Wert von diesen 50 Nanogramm pro Milliliter, 125 Nanomoll pro Liter zu kommen, dann wäre das eine finanziell sehr überschaubare Geschichte. Natürlich für die eine Seite. Für die andere Seite, und das mag jetzt verschwörerisch klingen, ich kann da auch nicht mal was dagegen sagen, weil wir leben nun mal im Kapitalismus und da muss Geld verdient werden. Und dass die eben dann sich gegen einen Stoff wehren, der sehr günstig zu verabreichen wäre und dann eben auf der anderen Seite drastisch weniger Krankheitskosten verursachen würde, ja, das ist eben das kapitalistische System. Und das ist mal völlig neutral. Und das ist immer so die Problematik. Das heißt, die einzige Chance, die ich immer wieder erkenne, ist, sich selber zu informieren, weil wer jetzt immer noch dabei ist bei diesem Interview, der fühlt sich bestätigt, weil er oder sie das eben schon genau so macht und auch selber an sich gespürt hat, hey, ich komme irgendwie mit weniger Erkältung oder Grippe durch den Winter. Das ist ein Feedback, was ich sehr häufig bekomme. Und die anderen, die jetzt noch dabei sind, die vielleicht auf der Kippe standen, unsicher waren, dass man die vielleicht dazu motiviert, einmal den Spiegel zu messen. Das kann man heute sogar von zu Hause aus machen oder eben beim Arzt. Investitionen grob 30 Euro, um dann gezielt auf diese vernünftigen Werte aufzufüllen, die unsere Vorfahren hunderttausend Jahre lang hatten, weil die eben draußen waren von Frühjahr bis Herbst, nicht in der Höhle. Das ist immer der große Unterschied, weil ich bekomme immer wieder gesagt, ja, aber früher haben die das ja auch nicht gebraucht. Ja, natürlich nicht, weil die eben draußen waren und nicht in der Höhle, weil die keinen Sonnenschutz hatten. Ich bin nicht gegen Sonnenschutz, ganz wichtig. Wir brauchen den heute, weil wir von der Höhle in den Hochsommer in den Urlaub fliegen und dann plötzlich von 0 auf 100 maximal UVW abbekommen, UVA, das verbrennt die Haut, das ist gefährlich. Das war früher anders, aber wir haben heute eben die Möglichkeit, durch Nahrungsergänzung auf vernünftige Werte zu kommen und das für sehr, sehr überschaubares Geld. Ja, absolut richtig. Also wir könnten ganz locker Prävention betreiben und deswegen macht es mich auch ein bisschen mehr als ärgerlich, weil letztendlich, wenn man die DKFZ-Aussage nimmt, keiner hätte an Corona sterben müssen. Wenn man dann noch weitergeht, eine Folgestellte, eine Meta-Analyse, dass im Prinzip gar niemand hätte sterben müssen, ja, statistisch. Statistisch. Ja, und man das weiter jetzt sozusagen in Kauf nimmt, indem man sogar noch vor Sonne warnt, vor Vitamin-D-Einnahme warnt, von offizieller Seite, also was heißt offizieller, also von der Seite, die ja die Ärzte informiert und die ja keine Zeit haben, im Klinikalltag jetzt die ganze Studien zu lesen. Das finde ich dramatisch und ich fand es eigentlich schon dramatisch, als man die ersten Studien zur Wirksamkeit des Impfstoffes gemacht hat. Das ist auch das, was dann nicht geschehen ist eigentlich. Also wenn ich einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen will, ich war ja in der Pharmaforschung viele Jahre auch, ich habe ja acht Jahre lang ein Biotech-Unternehmen geleitet, das mit der Pharmafirma kollaboriert hat und zusammengearbeitet hat. Wir wollten neue Wirkprinzipien finden, wir haben Grundlagenforschung gemacht und ich kenne so dann dieses, dieses Terrain und was immer klar war ist, wenn ich jetzt einen neuen Wirkstoff habe gegen irgendeine Krankheit, dann muss ich die gegen die bestmögliche Alternative testen. Also ich kann nicht den Wirkstoff auf den Markt bringen und tun, als wenn es keine Alternative gäbe. Also ganz extremes Beispiel, also wirklich extrem und absolut absurd, aber Menschen, die jetzt einen Typ-1-Diabetes haben, sind zwingend davon angewiesen, dass sie Insulin bekommen, gespritzt. Und für die wäre es natürlich ein Segen, wenn man das Insulin einfach schlucken könnte. Kann man aber nicht, das Protein wird im Magen zerlegt. Aber wenn man jetzt einen Wirkstoff hätte, da sucht ja die Pharmaindustrie danach, der praktisch die Insulin-ähnliche Wirkung hat, aber eben zu schlucken wäre, dann hätte man das Problem, dass man sich nicht täglich spritzen muss, was ja keine schöne Sache ist, hätte man hinter sich. Wenn man jetzt so einen Stoff hätte, man würde die Studie durchführen, dann wäre die Kontrollgruppe, wie wird man die gestalten? Dann würde man der Kontrollgruppe Insulin vorenthalten. Also die, die nicht diesen Wirkstoff bekommen, den neuen, wenn man das machen würde, würden die alle tot umfallen. Dann würde man sagen, wow, der Wirkstoff schützt vor Tod. Ja, also das ist lebensrettend. Aber in Wirklichkeit muss man eigentlich nur schauen, ist er wirklich besser als Insulin? Und deswegen muss man gegen Insulin testen. Bei den Impfstoffen hätte man, und das ist ja die Forderung in meinem Buch, wo man ja letztendlich die Herdenimmunität wollte, habe ich gesagt, naja, man müsste eigentlich gegen eine gesunde Herde testen. Also ja, eine gesunde Herde bedeutet, Mikronährstoffe müssen ausbalanciert sein, damit kein Zytokinstorm entstehen kann. Also nur als Beispiel genügend Vitamin D. Wenn ich jetzt eine Studie machen würde, ich teste einen neuen Stoff, sei es ein Impfstoff, der mich jetzt sozusagen vor Corona schützen soll, dann muss die Kontrollgruppe nicht eine ungeschützte Gruppe sein, weil die bestmögliche Alternative ist, sich mit Vitamin D zu schützen. Und wenn unter Vitamin D aber gar keine Todesfälle mehr sind und keine schweren Verläufe, statistisch, aber präventiv möglicherweise zu 100 Prozent oder zum hohen, hohen Prozentsatz, dann ist sozusagen die Wirkung des Impfstoffs dann möglicherweise nicht mehr so gewaltig im Vergleich. Aber man hat nur gegen eine ungeschützte getestet. Und auch das fand ich schon etwas unethisch, weil es eben die Aussagen schon 2020 gab. Also nicht erst seit vorgestern. Weil da könnte man sagen, ja, wir wussten es halt nicht. Aber das stimmt ja so nicht. Im Gegenteil. Das, was ich mitbekomme, ist, dass die Verbraucher dann, ich habe hier ein Zitat von, ein Faktenchecker, Zitat, da steht, ich lese es original vor, wie und ob ein Vitamin D-Mangel überhaupt mit den Krankheitsverläufen, also Klammer auf Corona, zusammenhängt, ist noch nicht gut genug erforscht. Tipps, Vitamin-D-Tabletten zu schlucken, um nicht an Covid-19 zu erkranken, sind fahrlässig. Achtung, ich finde, das ist ein sehr interessanter Satz, weil der impliziert noch etwas. Und das wird auch nicht behauptet von denen, die für Vitamin D sprechen. Es heißt ja nicht, dass wir, wenn wir Vitamin D nehmen, nicht krank werden. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich mag da auch ein Zitat, und das möchte ich gerne Ihnen überlassen, weil es ist von Ihnen, nämlich das mit dem Auto. Sagen Sie es ruhig mal, weil ich finde, es bringt es wunderbar auf den Punkt in diesem Kontext. Ja, ich meine, es ist offensichtlich, dass kein Immunsystem der Welt kann verhindern, dass das Virus sozusagen über die Atemwege in den Körper gelangt und möglicherweise die ersten Zellen infiziert. Das kann man nicht. Das heißt, man kann nicht vor Infektionen geschützt werden durch das Immunsystem. Und mein Beispiel für Leute, die sich jetzt nicht mit dem Immunsystem so auskennen, ist dann simpel, wenn man einen Autounfall hat, ja, also mit dem Auto fährt, dann schützt das ein Airbag ja auch nicht davor, dass es passiert, ja, sondern es schützt nur sozusagen davor, dass man eben nicht eine schwere Folgen hat, dieses Autounfalls. Schweren Verlauf. Ja, einen schweren Verlauf. Ich kann nicht verhindern, dass ein Auto, ein anderes Auto endlich hier reinfährt, ja. Aber das Airbag sorgt eben dafür, dass mein Gehirn eben nicht direkt auf der, ja, vorne am Lenkrad aufschlägt und deswegen, ja, gefährliche Auswirkungen hat oder so gefährliche Auswirkungen hat, wenn es nicht da wäre. Und genau das Gleiche ist eben, was das Immunsystem macht. Es sorgt eben dafür, dass wir uns einerseits mit diesem Unfall, sprich der Infektions, auseinandersetzen. Normalerweise lernt es dann auch und verspricht dann eine bessere Abwehr und Schutz und schwächere Verläufe bei einer Reinfektion, wenn später nochmal dasselbe Virus, ein ähnliches Virus, nochmal auf uns, ja, in uns eindringt. Aber es kann es sein, dass wir Windpocken einmal haben, das Immunsystem erinnert sich lebenslang und jetzt bei der Impfung, wo man eben auch einen Teil des Virus gezeigt bekommt, also das Immunsystem bekommt das gezeigt und ist das scheinbar unfähig, länger als sich ein halbes Jahr daran zu erinnern. Gut, es wurde ja auch nur letztendlich ein Partikel, sage ich mal, oder eine Idee gezeigt vom Virus, nämlich praktisch das Antigen. Ja gut, bei anderen Impfungen macht man das ja auch. Es gibt ja eine Jugendimpfung, wo man erst nach fünf oder zehn Jahren nochmal einen Booster machen sollte, ja. Und wenn man einen Sicherheitsabstand von zehn Jahren hat, dann kann man davon ausgehen, wahrscheinlich sogar 15 oder 20 Jahre nach guter Erinnerung, ja, zehn Jahre sind nur dann die Empfehlung, nochmal aufzufrischen. Aber hier alle halbe Jahr und das ist auch schon, irgendjemand hat ja gesehen, das sind ja so viele Impfdosen gekauft worden. Also die letzte eine Nachricht, die ich gesehen habe, war, dass man über 550 Millionen Impfdosen in Deutschland bestellt hat. In Deutschland? Deutschland, ja. Das wäre ja sechsmal alle durchgeimpft? Ja, siebenmal sogar. Okay. Am Anfang und dann nochmal fünf Booster. Also wir haben dann sieben Impfungen und das Zeug hält ja nicht ewig und das ist alles noch gegen den Wuhan-Stamm, den wir schon längst nicht mehr sozusagen zirkulieren haben. Also ich würde allen Leuten sagen, wenn ihr euch nicht impfen lassen könnt, wenn er sozusagen die Aussage, ja, die auch Lauterbach gemacht hat, ja, als Chef des Gesundheitsministeriums, dass es sicher vor Infektionen schützt und sicher vor schweren Verläufen. Ja, mittlerweile rudert er da immerhin wieder zurück. Ja, muss er ja auch. erinnern, dass er sagte, es hat keine Nebenwirkung, obwohl es damals schon klare Hinweise gab, jetzt rudert er wieder zurück. Ich will auch gar nicht so sehr auf der Impfung rumhacken, weil das soll jeder für sich selbst entscheiden. Das ist kein Rumhacken, ich habe das gar nicht so verstanden. Ich möchte auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, auch für die Menschen, die sich auch ein viertes, fünftes, siebtes Mal impfen lassen wollen. Eine Impfung wird nur dann funktionieren, wenn das Immunsystem funktioniert, weil dann kann er das Immunsystem erst mal überhaupt was herstellen, was davor schützt. Und da ist eben einer der Bausteine ein guter Vitamin-D-Spiegel. Also es betrifft die, die, ich sage jetzt mal bewusst überspitzt, totale Impffans sind und die nächste Spritze gar nicht erwarten können, weil sie sich dann sicherer fühlen, genauso wie die, die komplett dagegen sind. Alle haben einen gemeinsamen Länder und das ist ein funktionierendes Immunsystem. Ist das richtig? Es ist richtig. Ich meine, man will ja vor allem die vulnerablen Gruppen, also die gefährdeten Gruppen impfen. Und das sind ja genau die Leute, die sind ja am meisten gefährdet, die den schlechtesten Vitamin-D-Spiegel haben. Weil die im Pflegeheim sind, im Altersheim, weil die eben dann am Tag gar nicht rauskommen. Genau, oder extrem Übergewichtige oder Leute mit schweren Grunderkrankungen, die letztendlich zu einer chronischen Entzündung führen und dann letztendlich den Vitamin-D-Spiegel permanent depletieren, weil Vitamin-D wird ja sozusagen in der chronischen Entzündung ständig verbraucht. Gleichzeitig führt man meistens einen Lebensstil, der nicht dazu führt, dass Vitamin-D sehr viel synthetisiert wird. Einnehmen tut man es meistens sowieso nicht. Das heißt, die vulnerablen Gruppen, die man durch die Impfung schützen will, sind die, die den schwächtesten Immunstatus haben. Deswegen sind sie ja vulnerable. Das heißt, die bauen dann auch keinen guten Immunschutz auf. Und das ist ja auch gezeigt worden. Ja, Leute, die übergewichtig sind, Leute, die Diabetes haben, Leute, die sehr, sehr alt sind, die kriegen oft 20, 30, 40 Prozent, bauen überhaupt keinen Immunschutz auf. Das heißt, die haben zwar die Impfung und haben dann die Bescheinigung, hier, ich bin geimpft, aber sicher sind sie nicht. Und deswegen kann ich denen nur empfehlen, erst mal, wenn ihr einen Immunschutz aufbauen wollt, egal gegen was, sorgt dafür, dass ihr Immunsystem dazu in der Lage ist und dazu müsst ihr das Vitamin-D-Spiegel anheben. Wenn das aber gemacht ist und man sich die Studienlage anschaut, dann muss man sich halt die Frage stellen, wieso man bei einem Virus, das jetzt inzwischen harmloser ist als die Grippe, überhaupt natürlich drastischen Maßnahmen hat. Mittlerweile, ja. Weil das ist ja die Logik, dass das Virus immer weniger gefährlich ist, gleichzeitig aber die Infektionsraten hochgehen, weil halt eben weniger gefährlich, weniger Leute schützt, gehen in Isolation, sind draußen, trotz Infektionen, verteilen es weiter und das heißt, die Infektionszahlen gehen zwar hoch, wir haben momentan ja gigantische Infektionszahlen. In meinem Umfeld hier, ich habe das noch nie bisher, in meiner ganzen Karriere so erlebt, wie viele Menschen gerade krank sind. Es ist unfassbar. Ja, also krank ist eine Sache, aber viele sind einfach nur, ja, positiv getestet. Aber ich kenne auch viele, die es ganz schön umgehauen hat, ja. Also vor zwei Tagen hat zum Beispiel der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt, also ein Test soll nicht mehr ausreichen, ja, das soll nicht mehr ausreichend sein, dass man praktisch sich in Quarantäne begibt. Ich meine, das sagt ja schon viel, ja. Hat natürlich viel Widerspruch bekommen, weil die Quarantäne ist ja wichtig, um Druck auszuüben auf die Impfung, also auf die Bevölkerung, dass geimpft wird, aber mir wäre es lieber, man würde mehr Druck ausüben, dass die Leute genügend Vitamin D haben, weil dann wäre eben ein allgemeiner Schutz vor Infektionen da, für allen Varianten, für neuen Varianten, vor vielen anderen Erkrankungen und wir hätten tatsächlich so etwas wie eine gesunde Härte, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil es geht ja jetzt nicht nur, klar, das Video wird jetzt hoffentlich 1, 2, 3, 5, 7 Jahre bei YouTube zu sehen sein, irgendwann wird Corona wahrscheinlich, zumindest aus der aktuellen Aufmerksamkeit weg sein, aber was wir jedes Jahr haben, ist die Grippewelle und ich weiß, es gibt eine Grafik, die sehr ausdrücklich zeigt, wie das korreliert, nämlich dieser niedrige Vitamin D-Status, insbesondere dann Ende des Winterfors, also so Januar, Februar und eben dann mit den meisten Grippefällen, so eine Grafik, die blenden wir einfach mal ein und zeigen, dass das ist ja ziemlich eindeutig, dass es hier wohl irgendwie eine Korrelation gibt, wenn nicht sogar eben eine Kausalität. Ja, die Korrelation wurde ja schon postuliert 1981 und dann wurde es glaube ich 2006 war es dann eindeutig, dass es auch wieder mit dem Mangel zurückgeht. Das ist das eine und das andere ist natürlich eine Vorgabe des ganzen Programms, das wir momentan erleben seit Jahren, schon zweieinhalb Jahre jetzt, ist ja, das Ziel war ja die Herdenimmunität. Eine Gesundheit, also Immunität der gesamten Herde, sodass das Virus praktisch keine Chance mehr hat. Und das war aber schon sehr, sehr früh klar, dass es scheitern wird. Das war in dem renommierten Journal Nature, wurden ja fünf Punkte genannt, geht nicht. ja, und die Punkte haben sich jetzt in der Zwischenzeit in meinem Buch auf zehn Punkte erhöht, warum es unmöglich ist, Herdenimmunität zu bekommen. Das heißt, die Vorgabe des ganzen Programms ist jetzt ja nicht von vornherein zu scheitern verurteilt gewesen und aufgrund dieser zehn Punkte muss es scheitern. Und das heißt, ich kann Herdenimmunität nicht erreichen, aber was ich erreichen kann jederzeit, ist Herdengesundheit. und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, ja, weil Herdengesundheit wäre jederzeit erreichbar und das war ohne Lockdowns, ja, ohne, ja, sogar ohne Maskenpflicht, weil wir hätten dann einfach irgendwann mal eine Durchseuchung der Bevölkerung und vor allem hätten wir keine Spaltung der Gesellschaft, was wir ja momentan erleben, die ist dramatisch, also das Dramatischste eigentlich überhaupt in der ganzen Geschichte, diese Spaltung in Geimpfte, Genesene auf der einen Seite, wobei die Genesen ja auch nicht so richtig sind und dann haben wir die Ungeimpften. Also wenn man einfach sozusagen, für eine gesunde Herde sorgen würde, was relativ einfach und sehr günstig auch wäre, dann hätte man nur noch eine Kategorie und das wären die Ungefährdeten und das wäre etwas, was die Gesellschaft braucht, eine gesunde Herde, nur noch Ungefährdete, also statistisch und dann eben eine Gesellschaft, die sich wieder eint, die sich wieder, wo Menschen wieder miteinander reden, wo es ja auch diese Spaltung, die zum Teil natürlich durch Familien jetzt geht, Freundschaften geht, dass wir die endlich aufheben können und da wäre auch Vitamin D, in dem Fall, ja, das Mittel der Wahl. Wir haben jetzt intensiv über dieses Vitamin D gesprochen, aus dem Grund, weil einfach hier die Kausalität, nicht mal die Korrelation, sondern die Kausalität mittlerweile schon durch verschiedene Studien bewiesen worden ist, auch logisch nachvollziehbar, weil wir das eben nicht mehr so produzieren können, wie hunderttausend Jahre lang es der Fall war, alleine schon wegen Sonnenschutzcreme und ich spreche nicht gegen Sonnenschutz, aber ich spreche gegen den allgemeinen Lebensstil, weil wir den ganzen Tag in unseren künstlichen Höhlen sitzen, da muss man auch dazu erwähnt haben, dass Vitamin D in der zweiten und vor allem dritten Stufe ein Hormon ist und da muss ich nur mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir beispielsweise kein Testosteron mehr hätten, keine Östrogen, kein Cortisol, keine Schilddrüsenhormone, das Leben wäre nicht lebensfähig und jetzt rennen da draußen so viele Menschen rum mit einem ganz klar nachgewiesenen Mangel, dass sie gerade so überleben, also ausreichend versorgt sind, Schulnote 4 und es wäre so einfach für sehr, sehr wenig Geld oder sogar kostenlos, wenn man wirklich mal von Frühjahr bis in den Herbst regelmäßig draußen wäre, regelmäßig die Eigenschutzzeit der Haut ausnutzen würde, um Vitamin D natürlicherweise zu produzieren, es müsste ja keine Nahrungsergänzung sein, wenn man das hinbekommt, finde ich auch noch besser, dann haben wir einfach hier die Möglichkeit, wirklich ganz viel Prävention zu betreiben und das zahlt sich nicht nur bei unserem Immunsystem aus, Vitamin D hat noch so viele andere Wirkungen. Ja, absolut. Ich meine, dass der Lebensstil letztendlich der entscheidende Faktor ist, sieht man auch daran, dass Länder wie Brasilien, ja, Indien, ja, gibt es Studien, die zeigen also, dass die Prävalenz, das heißt die Häufigkeit dieser Beobachtung sozusagen in der Bevölkerung eines Vitamin-D-Mangels genauso hoch ist wie in Ländern, wo praktisch kaum Sonnenlicht ist, ja, das heißt, und das ist ganz nah am Äquator, gibt es Studien, dass sogar in Äquator, also näher kann man am Äquator nicht mehr sein, deswegen der Name Äquator, ein großer Vitamin-D-Mangel in der älteren Bevölkerung herrscht, das heißt, die Lebensumstände spielen eine Rolle. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass im alten Rom, ja, als die Häuser angefangen wurden, gebaut wurden in eroberten Gebieten wie jetzt Südspanien und so weiter, dass da plötzlich eine Riesenprävalenz war von Rachitis bei Kindern, weil die einfach plötzlich, ja, toll, Haus, da finde ich mich wohl, muss nicht in die Sonne und schon hatten da Kinder einen Vitamin-D-Mangel im alten Rom. Das heißt, die Lebensstilfaktoren sind so entscheidend und bei uns in Europa und vor allem in Deutschland halt gravierend, eben durch diese Nachrichten, die wir bekommen, eben Vitamin-D gefährlich, Vitamin-D-Überdosierung, Vitamin-D nützt nichts und vor allem, die Sonne ist noch gefährlich. Also, diese Kombination sorgt für viele Krankheiten in der Gesellschaft, für eine ungesunde Herde und dagegen muss man was tun, weil, wenn wir das Problem nicht an der Wurzel packen, dann wird es bestehen bleiben. Ich finde es auch sehr schade, dass so kleine Lichter wie wir so intensiv und da schon sehr lange über dieses wichtige Thema aufklären und die Medien, die eine sehr große Macht haben, man nennt es ja auch die vierte Gewalt im Staat, tatsächlich eben, das empfinde ich zumindest, so bewusst, schlecht recherchiert oder mit welchen Absichten auch immer, ich möchte da gar nichts unterstellen, weil ich es nicht weiß, so negativ über das Vitamin-D sprechen, immer wieder davor waren, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, anstatt mal die andere Position einzunehmen und ganz klar darauf hinzuweisen, weil es der Gesamtgesundheit unserer Bevölkerung drastisch zuträglich wäre, bewiesenermaßen. Das macht mich sehr nachdenklich und auch ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, absolut. Also, ich bin entsetzt, weil Menschen sterben ja aus verschiedenen Gründen jetzt. und Menschen starben praktisch von Anfang an unnötigerweise, da habe ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, an Corona, zumindest ein großer Anteil, ja, derer, die gestorben sind, würden vielleicht heute noch unter uns weinen, hätte man anders agiert. Mit diesem Sterben wurde aber letztendlich der Lockdown und all die anderen Maßnahmen ja begründet, ja, wir müssen die Menschen Leben retten durch diese Maßnahmen. Nachgewiesenerweise haben diese Maßnahmen natürlich auch ganz schön negative Effekte auf die Volksgesundheit, beispielsweise eine dreifache Erhöhung der Depressionsraten in der westlichen Welt. Gibt es schöne Studien dazu im Lancet bei schwerer Depressionen. Das hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre versiebenfacht von einem Höchststand, den wir schon 2019 hatten, global gesehen. Also eine dramatische Zunahme an seelischen Erkrankungen, die natürlich alle möglichen Ursachen haben von, ja, Isolation der Menschen, ja, Lebenssinnverlust, Verlust möglicherweise des Arbeitsplatzes, der Berufsaussichten, ja, und eben die Einsamkeit und all diese Dinge machen mich ganz, ganz wütend, weil ich ja weiß von Anfang an, das hätte alles ja verhindert werden können. Wir hätten praktisch die Todesfälle verhindern können, dann damit auch die Basis sozusagen vermeiden können, die jetzt zu diesen ganzen Maßnahmen geführt haben. und letztendlich stehen wir am Schluss mit dem Impfprogramm da, dass nicht mal die Wirkung zeigt, die man uns eigentlich versprochen hat. Ich meine, das ist mittlerweile keine Verschwörungstheorie mehr, das ist wissenschaftlicher Fakt. Das gibt mittlerweile sogar unser Gesundheitsminister zu. Ja, ja, ich meine, ich habe ihm ja gedankt am Ende des Buchs, in meiner Danksagung, weil er hat ja gesagt, und ich glaube, ich lese das gerade mal vor, weil es einfach ein schöner Schlusssatz vielleicht noch wäre. Also ich habe mir Herrn Lauterbach gedankt und ich muss es nicht falsch zitieren, weil das darf man ja nicht, also zitiere ich ihn mal richtig. War das in der Danksagung? Ja, in der Danksagung, da hat er einen Tweet abgesetzt am 16. Mai 2020, ja, also auf der nächsten Seite sieht man das unten, da sagt er, eine Impfpflicht macht bei SARS-CoV-2 so wenig Sinn wie bei der Grippe. Also er war noch in der Opposition, ja, wenn die Impfung gut wirkt und sie auch freiwillig, wird sie auch freiwillig gemacht, dann ist keine Impfpflicht notwendig. Entschuldigung. Das war bestimmt Karl Lauterbach. Ja, ich glaube, er hat versucht da zu intervenieren. Naja, und dann sagt er weiter, wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt, wie verbietet sich die Impfpflicht? Also daher nie sinnvoll. Okay. Also das sind, das sind Worte, die nachdenklich machen. Ich bleibe bei diesem Wort, weil wir kennen die Hintergründe nicht. Man kann sich nur etwas zusammenreimen, was da möglicherweise eine Rolle spielt. Das macht mich noch nachdenklicher, rer, rer, rer. Ich bedanke mich auf alle Fälle für dieses hochspannende Interviews. Wir werden auch diese Studien, die Sie genannt haben, in die Shownotes des Podcasts verlinken und letztendlich auch natürlich unter das Video. Im Video wurden einige Grafiken eingeblendet. Das mache ich in der Post-Production, damit man auch sehen kann, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist, weil nichts ist wichtiger, gerade heute, als dass man Aussagen, die man tätigt, die so Signifikanz haben, dass man die auch selber, wenn man möchte, nachprüfen kann. Da kann man sich selber ein Bild machen, ob das jetzt wieder Schurbelei ist, Verschwörungstheorie, ob das wieder solche Sherry-Picking-Studien sind. Nein. Es gibt auch eine sehr spannende Seite, auf die ich am Schluss hinweisen möchte, die ich ebenfalls noch mit verlinken werde, die ich schon seit mittlerweile, ich glaube, mindestens ein Jahr, eher eineinhalb Jahre verfolge. Und zwar, das ist vdmeta.com. Mittlerweile, es sind da über, deutlich über 200 Studien aufgezählt, Metastudien, wo eben auch genau diese Negativstudien, genau diese vier, die sie aufgezählt haben, waren die einzigen, die da negativ korreliert haben. Das werde ich mit reinpacken, weil das ist wirklich sehr umfangreich, was man da alles dann sich selber an Wissen zu diesem hochspannenden Thema anregeln kann. Mich würde es freuen, wenn das viel mehr Entscheider, also Ärztinnen oder Ärzte erreichen würde, weil denen die Menschen doch immer noch das meiste Vertrauen schenken, damit eben hier hoffentlich mal ein gewaltiger Ruck durch die Gesellschaft gibt. Ich würde dringlichst darum bitten, dass man dieses Video, den Podcast auch mit Menschen teilt, die einem am Herzen liegen, weil es geht hier um ein überlebenswichtiges Thema. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da hilft es natürlich, wenn man viele Menschen erreicht, die möglicherweise skeptisch sind, aber generell bereit, das eigene Denken diesbezüglich zu hinterfragen. Da würde ich mich sehr freuen. Herr Dr. Nils, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit Ihnen dieses Interview zu führen. Hochgradig spannend. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Das Buch von Ihnen, und Sie haben nicht nur ein Buch geschrieben, ein sehr spannendes, das ich hier ausdrücklich empfehlen möchte, ist Herdengesundheit. Selbstverständlich werde ich es ebenfalls verlinken. Und ich denke mal, da kriegt man ein umfassendes Bild, wissenschaftlich fundiert. Das muss man heute unbedingt betonen, um selber eine Entscheidung zu treffen, ob man diese überlebenswichtige Maßnahme für sich selbst und seine Liebsten treffen möchte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, wir erreichen wirklich viele Leute. Es ist für alle wichtig. Das liegt an denen, die das hören und sehen, ob sie es teilen oder nicht. In diesem Sinne, alles Gute.